Achtung, Achtung, hier ein wichtiger Hinweis. Bevor ich das Video starte, möchte ich bitte alle Zuschauer noch mal darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Kanal hier um einen Linux-Kanal handelt, also um einen IT-Kanal. Und ich befasse mich ausschließlich mit Software, mit freier Software und mit Linux, und zwar international. Bei dem Betriebssystem, welches ich heute vorstelle, handelt es sich um ein Betriebssystem aus Russland. Ich weiß, das ist sehr, sehr kontrovers. Und daher möchte ich euch bitten, in den Kommentaren auch ausschließlich beim Thema Linux zu bleiben und keine politischen Diskussionen hier anzufangen. Denn schließlich geht es hier um ein Unternehmen, welches freie Software, ein freies Betriebssystem, auch in Russland erstellt und es Universitäten, Firmen und auch Schulen bei zugänglich macht. Das ist eine gute Sache und auf diese gute Sache, auf die konzentrieren wir uns hier heute. Also, knappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem aus Russland, nämlich Alt-Linux oder auch ALT-Linux. So genau weiß ich das jetzt nicht, wie das dann ausgesprochen wird. Ich nehme mal an, das wird Alt-Linux ausgesprochen. Und dieses Betriebssystem ist im Jahr, ich glaube 2000, ach hier steht es, 2001 von zwei großen Mandrake-Projekten zusammengemerged worden und ist jetzt quasi ein eigenständiges Betriebssystem, ein eigenständiges, unabhängiges Betriebssystem seit 2008. Und das wird von einer Firma, von einer russischen Firma betreut, ein IT-Unternehmen namens Basalt-LLC. Wie wir hier schon auf distrowatch.com sehen können, gibt es Alt-Linux in sehr vielen verschiedenen Versionen. Unter dem Punkt Desktop sind quasi alle Desktops aufgelistet, die es in der Linux-Welt so gibt. Und unter Kategorie finden wir neben dem herkömmlichen Desktop und Live-Medium eben auch Raspberry Pi, Server und auch Education. Und das spielt für Alt-Linux bzw. für die Firma Basalt eine große Rolle. Die Original-Homepage lautet www.basalt.ru. Und ja, auch wenn hier Base Alt steht und man das auch so aussprechen würde vielleicht aus dem Englischen, wird das tatsächlich Basalt genannt. Denn im Russischen heißt die Firma Basalt-BPO. Und deswegen heißt die Seite auch Basalt und nicht Base Alt. Nur für den Fall, dass einige wieder in die Kommentare schreiben, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Nein, in dem Fall habe ich es richtig ausgesprochen. Wir können die Seite mal ganz fix übersetzen auf Deutsch, damit wir hier auch ein bisschen was lesen können. Hier ist ein Übersetzungsfehler drin. Hier wurde das Alt versehentlich mit Viola übersetzt. Und ansonsten finden wir hier auf dieser Webseite ziemlich viele interessante Sachen zur Firmengeschichte und auch zu den Zielen der Firma Basalt selber. Da wird zum Beispiel Simply Linux, also einfach Linux, für alle einfach zur Verfügung gestellt. Das ist auch kostenfrei. Und hier sehen wir schon den Slide zum Thema akademische Lizenzen. Also das Projekt Alt Education bietet quasi ein Alt Linux Betriebssystem an, speziell für Hochschulen und auch für Studenten. Hochschulen können dann quasi richtige Basalt-Server errichten, wo dann die Studenten entsprechend mit ihren Notebooks oder PCs dann quasi auch darauf zugreifen können und alles quasi unter einem Dach, unter dem Dach von Basalt. Wenn wir weiter runter scrollen, dann finden wir natürlich auch eine Kundenliste, unsere Kunden. Und hier stehen einige berühmte Namen von großen russischen Unternehmen. Sicherlich sofort ins Auge fällt natürlich Gazprom, einer der größte Gaslieferanten in Russland. Aber auch Banken nutzen Basalt Linux, nämlich zum Beispiel die Sparebank oder auch Ischcom Bank. Und das russische Raumfahrtunternehmen Roskosmos nutzt ebenfalls Basalt Linux, zumindest sicherlich als Server. So, genug mit der Webseite. Hier finden wir auch keinen Download-Link. Und zwar müssen wir, um das Ganze herunterladen zu können, einmal auf altlinux.org gehen. Dort finden wir dann eine Wiki und hier gibt es dann eben auch einen Download-Link und natürlich eine Beschreibung, eine komplette technische Beschreibung des Betriebssystems und wie man es installiert und nutzt. So, ein Klick auf Download-ALT bringt uns dann auf diese Seite. Und hier können wir uns dann alles Mögliche herunterladen, was wir denn so brauchen. Von der regulären Workstation mit und ohne KDE-Plasma, über verschiedene Serverarten, auch Virtualisierung-Server oder eben auch die Education-Server. Dann gibt es noch einen Simply Linux, welches besonders gut für sehr, sehr alte Geräte geeignet ist und noch vieles, vieles mehr, wie zum Beispiel auch ein Image für den Raspberry Pi. So, und ich würde sagen, ich lade jetzt hier einfach mal die Alt-Workstation runter. Das scheint so das Normale zu sein. Und da gibt es dann hier verschiedene Download-Links, die man hier jetzt aussuchen kann. Ich nehme jetzt hier ganz normal die Installations-CD. So, die ISO-Datei ist nun heruntergeladen und ich werde sie auf den USB-Stick flashen. Heute mal mit Palina Etcher. So, einmal Flash from File, dann gehe ich in den Downloads-Ordner. Hier haben wir Alt-Workstation. Die ist 6 GB groß, ist also ein ziemlich großes Ding. Man sollte dann also tatsächlich einen USB-Stick parat haben, der entsprechend groß auch ist. So, hier ist mein Sandisk Cruiser. Der kann auch dafür verwendet werden. Und dann heißt es einmal flashen, Passwort rein und dann einfach abwarten. So, nachdem das erfolgreiche Flashen fertig ist, können wir den Stick auswerfen. Dazu schließe ich Palina Etcher. Und hier steht Alt-Workstation. Hier gehe ich einfach auf Auswerfen und dann gehen wir zu meinem HP-Testrechner. So, hier wähle ich meinen Stick aus, den Sandisk Cruiser. Und schon wird das Betriebssystem auch geladen. Da steht jetzt aktuell alles auf Russisch. Wir schauen mal nach, ob das auch so bleibt. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen. Einmal zwischen Englisch, Russisch, Portugiesisch und Ukrainisch. Und da ich lediglich Englisch als einziges, ja, dieser vier Sprachen hier verstehen und lesen kann, werde ich es jetzt einfach mal bei Englisch belassen. Und dann gehen wir mal auf Weiter. Hier gibt es dann noch eine Lizenzvereinbarung, der wir auch hier zustimmen. Dann einmal auf Weiter. So, dann haben wir hier die Zeitzone. Er hat schon wahrscheinlich anhand meiner Internetverbindung erkannt, dass ich mich in Deutschland befinde. Und die Zeitzone ist Berlin. Auch das ist in Ordnung. Dann können wir hier einmal auf Weiter. So, hier sind wir dann beim Volume Management quasi. Und hier sind dann die Festplatten alle aufgelistet, die in der Maschine drin sind. Die dürfen unter keinen Umständen alle quasi gestört werden, da ja hier auch mein NAT-Server noch mit drauf installiert ist. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Custom Install und dann schaue ich mal nach, was mir da zur Verfügung steht. So, und da habe ich hier zum Beispiel die SDA, die 238 GB Festplatte. Das ist im Prinzip die Veno-Festplatte, die ich hier auch benutzen kann. Nicht angetastet werden darf auf jeden Fall die SDB-Festplatte. Die ist hier ein, zwei Terabyte groß. Das ist eine Daten-Festplatte. Und die SDC ist quasi, wo das Betriebssystem von meinem NAT-Server draufgeschrieben ist. Das darf auf jeden Fall nicht benutzt werden. So, dann gehe ich hier auf SDA1. Hier ist ja schon die PAD32-Partition, das ist ja die EFI-Partition. Und hier werde ich gleich schon mal den Mountpoint einfach festlegen. Und da nehme ich auch das, was hier bereits vorgegeben ist. Allerdings werde ich das vorher formatieren lassen. Also mit Boot-OEFI und sage einmal OK. Und dann nehme ich hier die SDA2. Das ist quasi die normale Daten-Festplatte. Da werde ich erst mal das Dateisystem entfernen. Weil ich möchte nicht EXT 2 oder 3 haben, sondern ich werde jetzt hier ein Pfeilsystem machen. Und zwar nehmen wir ruhig ButterFS. Das bietet er mir hier an. Das ist sehr, sehr schön. Einmal auf OK. Und das Volume-Label ist, ich nenne es jetzt einfach Root. Was haben wir sonst noch für extra Optionen? Können wir ja gleich mal so lassen. Okay, das ist der Mountpoint. Und das sind die Mount-Optionen. Das können wir jetzt erst mal so lassen. Und dann einfach auf Weiter. So, und damit sind die Mount-Points quasi festgelegt. Dann werde ich jetzt hier einmal auf Weiter. So, die SDA1 wird hier quasi geschrottet. Das ist auch in Ordnung. Und hier kann ich mir jetzt auswählen, welche Applikationen ich denn haben möchte. Das scheint jetzt ein bisschen klein zu sein, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, unter der Rubrik Office kann ich mir einmal das Antivirus-Programm CLAM AV auswählen. Dann gibt es noch eine Projektmanagement-Software. Ich werde das jetzt hier einfach mal alles ausführen. Ja, also einmal alles auswählen, weil ich möchte schon sehen, was da so alles mit drin ist. So, hier werde ich Internet und Networking. Hier können wir, hier werde ich ebenfalls alles auswählen. Bei Multimedia, auch hier einfach alles auswählen. Und hier ebenfalls. Ich werde einfach alles auswählen. Dann wird 12 GB an Daten noch zusätzlich installiert. Das ist auch in Ordnung. Und dann geht es einmal weiter. So, und jetzt läuft im Prinzip die Installation. Und hier sehen wir noch ein paar QR-Codes, wo man dann entsprechend entweder auf den Telegram-Channel gehen kann, das YouTube-Kanal, die Dokumentation einsehen kann oder noch direkt mehr erfahren kann über Alt-Workstation. So, die Installation selber ging ja jetzt recht zügig und einfach. Wer nur eine Festplatte drin hat, der braucht da auch nicht rumformatieren, sondern der kann das alles automatisiert machen lassen. Ja, dann warten wir mal ab, bis die Installation durch ist. So, die Basisinstallation ist soweit durch. Und jetzt werde ich gebeten, einen Bootloader zu installieren. Und da haben wir ein paar Sachen zur Auswahl. Das, was hier hervorsteht, ist EFI-Installation. Einmal mit und ohne NV-Rahmen. Man kann auch den Bootloader direkt auf die Platte quasi installieren. Da kann man die hier aus. Das ist dann das Legacy-Boot. Den Legacy-Bootloader ohne EFI. Oder ich kann eine separate Partition auswählen nochmal. Oder das Ganze überspringen. Ich nehme jetzt hier einfach EFI-Recommended. Also das Empfohlene quasi. Und dann kann ich noch ein Boot-Passwort festlegen. Wenn ich das möchte, das lasse ich jetzt aber frei. So, dann einmal weiter. So, hier kommen wir dann zu den Netzwerkeinstellungen. Und unser Netzwerkinterface heißt ENO1. Und das ist dann alles so, wie es ist. Lasse ich jetzt einfach. Also DHCP bedeutet, dass im Prinzip automatisch eine IP auch zugewiesen wird. Und das ist auch in Ordnung so. Dann einmal weiter. Ach so. Hier oben kann ich noch ein Hostname festlegen. Das will ich mal fix noch machen. Dann nehme ich jetzt ALT-HP. So englische Tastatur natürlich. Also ALT-HP. Damit weiß ich dann, dass das Altbetriebssystem auf meinem HP-Rechner ist. Dann einmal auf Weiter. Und jetzt kann ich hier ein Passwort festlegen für das Administrationskonto. Also für das Root-Konto. Und dann nehme ich natürlich ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Root auf diesem System. Dann einmal weiter. Und jetzt kann ich mir hier einen Benutzer-Account anlegen. Und da nehme ich natürlich diesen Account. Wobei ich werde das mal klein schreiben. Sehr gut. Einen Kommentar lasse ich einfach frei. Und das Passwort kann ich mir entweder automatisch generieren oder ich frage das hier ein. So. Autologin lasse ich jetzt hier aber weg. Ich möchte mich schon händisch einloggen. Dann einmal weiter. Und dann haben wir jetzt hier noch eine Abschlussmeldung, wo ich dann jetzt hier noch mal auf die Webseite verwiesen werde. Und dann kann ich hier unten einfach auf Finish. Und dann wird das System einmal neu gestartet. Und hier habe ich dann das EFI Bootmenü. Und es ist nicht Grub, sondern das ist ein EFI Loader. Aber er sieht quasi so aus wie Grub. Und hier haben wir auch mein Debian. Mein Server wurde ebenfalls erkannt. Das heißt, den kann ich ebenfalls starten. Oder ich starte hier jetzt einfach direkt ALT Workstation. Oder ALT Workstation. Los geht's. Dann haben wir hier jetzt den Login-Bildschirm, wo wir uns einloggen können. Und so wie es aussieht, handelt es sich bei der Oberfläche um ein MATE Desktop. Hier sehe ich nämlich schon das MATE-Logo. Und Englisch ist dann hier Standardsprache. Und das werde ich jetzt hier einfach mal nehmen. Und dann logge ich mich hier ein. Und schon sind wir auf dem Workstation-System von ALT Linux. So, dann schauen wir mal an, was so auf dem System hier alles so drauf ist. Was natürlich auffällt, ist, dass das Ganze sehr, sehr hell ist. Also der helle Hintergrund, gepaart mit der weißen Schrift. Das ist vom Kontrast her nicht sehr elegant gelöst. Und deswegen gehe ich hier einfach mal auf Rechtsklick und Change Desktop Background. Einfach mal, um zu schauen, ob wir noch alternative Hintergrundbilder haben. Und so wie es aussieht, gibt es hier quasi die Standard-Hintergrundbilder von MATE. Und werde jetzt hier einfach mal einen etwas dunkleren MATE-Hintergrund auswählen. Und ich nehme jetzt hier Ubuntu MATE Fold. können wir einfach schließen. Und dann haben wir hier so ein bisschen Weltraum. Das ist dann ein bisschen besser. Und ja, dann sehen wir hier auch ein bisschen die Symbole etwas besser. Gut, so. Dann, ja, auf dem Desktop befinden sich dann so die üblichen Symbole wie eigener Computer, dann das Heimverzeichnis, dann die Netzwerkserver. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sieht man dann hier einmal, das bin ich. Das ist quasi der eigene Rechner. Und dann kann man hier direkt auch in das Windows-Netzwerk rein. Auch das ist für Workstation-Systeme ganz normal. Das kennen wir auch zum Beispiel von Red Hat Enterprise. So, das hier ist im Prinzip die ISO, die jetzt eingelegt, beziehungsweise der USB-Stick, der jetzt eingelegt ist. Und hier können wir auch noch mal schauen und uns Informationen über das System holen. So, das handelt sich dabei um ein lokales Dokument, eine lokale HTML-Datei. Und hier gibt es dann, ja, quasi Informationen zu diesem System. Also ein Online-Handbuch sozusagen oder ein Handbuch im Allgemeinen. So, einmal weiter. So, dann schauen wir hier unten. Da haben wir einmal hier Bluetooth ist aktiviert. Hier kann man auch die Display-Auflösung einstellen. Die ist aber automatisch hier schon auf Full HD geschalten, weil hier brauche ich nichts händisch umstellen, da es automatisch erkannt wurde. So, dann schauen wir hier mal in das Menü. Das Menü sieht sehr, sehr schön aus. Das Mate-Menü, das erinnert einen so ein bisschen schon auch an Windows 10, für die die Windows 10 dann eben nutzen. Und das ist sehr, sehr schön auch angeordnet hier an Orte. Dann auch die System-Sachen, wie zum Beispiel ein Paketmanager haben wir hier, Einstellungen und das Terminal. Und dann haben wir hier noch die Favoriten, die meistgenutzte Software wahrscheinlich. Und ich kann hier aber auch auf alle Applikationen gehen. Und dann wird das Ganze hier kategorisch aufgelistet. So, was mich natürlich als allererstes interessiert, ich gehe dazu mal in das Control Panel, ist, ob ich erstmal meine Tastatur auf Deutsch umstellen kann oder ob ich tatsächlich auf Englisch belassen muss. So, dazu gehe ich auf Add. So, das sieht aber ganz gut aus. Ich gehe jetzt hier mal bei Language und Language machen wir German. Gut, ich habe GER eingetippt, aber da hat er nichts erkannt. Also werde ich jetzt hier einfach mal auf German runterscrollen. So, dann kommt noch die Variante. Dann nehme ich natürlich die German-Variante. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist für mich okay. Das fügen wir einmal hinzu und dann werde ich Englisch, die englische Variante einfach entfernen. Und dann ist Deutsch eben auch der Standard. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Ös und S benutze oder hier das Fragezeichen und das S-Set und so weiter, dann funktioniert das auch. Das ist dann also korrekt so. Sehr schön. So, dann können wir das hier schließen. Und was mich ebenfalls interessiert noch, ist, ob ich die Systemsprache ebenfalls auf Deutsch einstellen kann oder ob das tatsächlich dann auf Englisch oder dann gegebenenfalls sogar auf Russisch bleiben muss. Englisch haben wir jetzt hier. So, dann sieht es nicht so aus, als wenn ich das hier irgendwie einstellen kann. Das ist aber erst mal nicht so schlimm. Dann belassen wir das Ganze erst mal auf Englisch und schauen uns mal das Menü an, was wir dann hier so alles installiert haben. So, unter Zubehör. Schauen wir mal, ob ich das Ganze hier noch ein bisschen größer machen kann. Gut, kann ich nicht. Überhaupt nicht so schlimm. So, unter Zubehör haben wir die einmal CLEM AV. Das steht hier CLEM TK. Das ist im Prinzip ein Bedrohungsscanner von CLEM AV. CLEM AV haben wir ja, das Antivirnsystem CLEM AV haben wir ja mit installiert. Dann haben wir ein Archivierungsprogramm, den Taschenrechner von Mate, also ein paar Mate-Tools haben wir noch mit drin. Nano ist ein Texteditor für das Terminal. Das ist bereits mit dabei. Hier haben wir einen Passwortmanager mit drin. Pluma ist hier ein einfacher Texteditor und dann noch Wine und ein Screenshotting-Tool. Unter dem Punkt Education haben wir noch ein FreeCut-System und ein Wörterbuch, ein Golden Dictionary. Dann unter dem Punkt Grafik haben wir diverse Grafik-Tools schon vorinstalliert. Einige haben wir natürlich nachinstalliert, weil ich ja alles ausgewählt hatte. Zum einen Blender und Darktable und auch GIMP. Blender ist ein 3D-Modellierungstool, Darktable zum Verwalten von Fotos. FreeCut hatten wir eben schon und GIMP eben die Photoshop-Alternative. Und dann gibt es hier noch ein paar Plugins, zum Beispiel ein Dugend-Batch-Prozessor. Dann ImageMagic ist auf jeden Fall mit dabei. Inkscape ist schon vorinstalliert. LibreOffice, seht ihr gucken, kommen wir gleich noch dazu. Dann gibt es hier noch OpenSCAD und Scribus ist ebenfalls mit drin. Scribus ist quasi zum Layouten von Magazinen und Büchern. Unter der Rubrik Internet finden wir ebenfalls einige sehr interessante Tools. Unter anderem zum Beispiel das LinFone. Dann gibt es ja einen Connector zu verschiedenen Servern. Es gibt Desktop-Sharing-Application, also eine Art Remote-Desktop-Anwendung, wo ich dann meinen Desktop mit anderen teilen kann. Dann der Mozilla Firefox ist hier standardgemäß vorinstalliert. Und zwar haben wir hier die 91 ESR. Das ist nicht das neueste ESR, das ist also noch der Vorgänger. Denn bei dem neuesten ESR sind wir, glaube ich, bei Version 1.01, also 101. Wir schauen aber gleich noch, ob wir das Ganze noch aktualisieren können. Wir machen mal weiter. Thunderbird ist ebenfalls drauf. Auch hier gehe ich jetzt davon aus, dass hier eine ältere Version drauf ist. Ja, siehst du auch, hier ist die ältere ESR-Version drauf, die 91.3. Auch hier schauen wir gleich, ob sich das Ganze noch aktualisieren lässt. Wir haben hier einen Nextcloud-Client und ein Messenger ist mit drauf. Remina ist quasi eine Team-Viewer-Alternative, eine Open-Source-Alternative zu Team-Viewer. Dann gibt es auch noch Remote-Viewer, also verschiedene Remote-Desktop-Applikationen sind hier direkt schon mit drauf. Dann C-File-Client quasi zum Synchronisieren von Daten auf einer Cloud. Dann VNC-Viewer und Transmission ist ebenfalls noch mit drauf. und X2Go, was ebenfalls so etwas wie ein VNC-Viewer ist. Gut, dann unter Office finden wir ebenfalls Unmengen viele Programme, was wirklich sehr, sehr cool ist hier auf so einem Workstation-System. Wir haben hier ein PDF-Viewer, dann ein Programm zum Erstellen und Bearbeiten von Diagrammen. Das Dia, das ist sehr, sehr schmal, sehr, sehr klein, aber auch halt unglaublich intuitiv und einfach zu benutzen. Dann haben wir hier Gantt-Project. Das ist im Prinzip eine Open-Source-Alternative zu Microsoft-Project. So kann man hier ein komplettes Gantt-Chart erstellen für seine Projekte, um eben den Projektvorlauf entsprechend nachvollziehen zu können und eben auch zu veröffentlichen mit anderen. Ein sehr, sehr wichtiges Tool im Enterprise-Business. So, dann haben wir hier Golden Dictionary hatten wir eben schon und dann die komplette LibreOffice-Bibliothek. Auch hier können wir mal schauen, welche Version wir hier dann haben. Einmal About. So, die Version ist 7.1. Aktuell befinden wir uns in der Version 7.3.72 und deswegen hängt das LibreOffice, die Version hier auch, ein klein wenig zurück. Und dann haben wir hier unten noch ein Wörterbuch-Programm, ein Dictionary und noch eine weitere Alternative zu Microsoft-Project, was hier Projekt Libre ist. So, unter dem Punkt Other finden wir einen Element-Mesh-Generator, NetGen. Dann haben wir noch die Rubrik Programming. Hier haben wir nochmal das Gantt-Project drin, die Software Gantt-Project. So wie es aussieht, ist die Software zum Teil in mehreren Kategorien hier untergeordnet, weshalb die hier zum Teil doppelt und dreifach in dem Menü auftauchen. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. So, bei Sound und Video kommen wir zu den Multimedia-Sachen und das ist doch ziemlich übersichtlich. Wir haben einmal Audacity als Bearbeitungsprogramm für Audiodateien. Cheese ist quasi ein Webcam-Programm. Den Simple Screen Recorder, das ist dann quasi auch noch eine Alternative zu OBS Studio zum Beispiel. Ganz normal Alsa Sound und den VEC Media Player. Bei den System-Tools findet man dann so die üblichen Verdächtigen, die halt immer mal so drauf sind. Unter anderem aber eben auch von Alt selber. Einmal die Seite über Alt Workstation. Da hatten wir ja eben schon drauf zugegriffen. Dann gibt es hier noch Alt CSP Crypto Pro. Und das hat nichts mit Bitcoin oder anderer Kryptowährung zu tun, sondern das hat was mit Verschlüsselung und Verifizierung zu tun. Und hier kann man dann quasi seine Signaturen reinmachen und dann kann man seine Projekte entsprechend über sogenannte Server-Zertifikate entsprechend signieren. Oder zum Beispiel mit GPG kann man dann auch seine E-Mails signieren und dann sind die auch verschlüsselt. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, Alt CSP Crypto Pro ist ein Programm, wo Basalt auch mit einem eigenen Signierungssoftware kommt. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. So, ADMC, das ist Active Directory Management. Auch das ist quasi normal für ein Workstation-System, dass das mit dabei ist. Dann Kaya ist die Standard-Datei-Verwaltung für Mate-Desktop. So, wir haben DOS-Box noch mit drauf. Dann können wir auch, ja, DOS-Software noch abspielen. Dann GParted, H-Top und noch ein paar weitere mehr. VirtualBox ist ebenfalls mit drauf und ein Virtual Machine Manager sowie eben GNOME-Software, so wie es aussieht. So, unter Administration finde ich noch den Grub-Customizer. Also ist doch Grub installiert. Ich dachte erst, das wurde kein Grub installiert, aber es ist wohl dann doch Grub. Und dann gibt es hier noch ein Alt System Management Center. Und da will ich mal schnell drauf. Da muss hier das Root-Passwort eingegeben werden. Und ja, hier sehen wir dann auch noch mal eine Übersicht zu den Einstellungen auf dem System. Ich gehe jetzt hier einfach mal in den Expert-Mode. Ich nehme mal an, wird das Ganze dann noch ein bisschen detaillierter nachher. Und bevor wir uns jetzt hier gleich dem System Management noch widmen, ganz fix noch der letzte Punkt, Preferences. Auch hier haben wir dann die üblichen Verdächtigen, die bei Mate immer mit drauf sind. Man kann das Aussehen ein bisschen verändern. Dann gibt es hier noch die Einstellung zum Display, zum Drucker, LCD-Test, dann für Pop-Up-Nachrichten, Power Management, Passwörter und so weiter. Also quasi ganz normal Einstellungen. So, dann kommen wir mal zum System Management Center. Also im Prinzip ist das wahrscheinlich ähnlich wie dem, was wir überhaupt in den normalen Preferences auch haben. Wenn wir dann quasi uns auch unsere Services und so weiter alle entsprechend steuern, so brauchen wir für die Administration des Systems nicht zwangsläufig das Terminal, sondern können alles hier bequem über diese Oberfläche hier administrieren. Hier werden zum Beispiel alle Dienste aufgelistet, die automatisch gestartet sind. Und dann kann ich diese zum Beispiel starten und stoppen. So, deswegen, weiteren kann ich von hier aus auch den Kernel updaten. Der Standard-Kernel ist die Version 5.10. Das ist der, der hier quasi mitinstalliert wurde. Und hier haben wir dann rechts die ganzen Kernel-Module, die quasi mitinstalliert werden. Und hier unten kann ich einfach auf Update Kernel gehen und dann wird der Kernel entsprechend geupdatet. So, des Weiteren haben wir dann hier noch die Group Policies für das Group Policy Management. Das ist dann für Firmen wirklich sehr wichtig, die dann verschiedene Zugriffsberechtigungen des Systems im Prinzip auf unterschiedliche User entsprechend ausrollen wollen. So, hier kann man dann noch die Benutzer managen. Da gibt es dann die Systemadministratoren, das lokale User Management. An die Authentisierung der jeweiligen User inklusive in deren Gruppen. Dann gibt es noch die Netzwerkeinstellungen, die man dann entsprechend machen kann. Man kann das Ganze auch über Proxys nachher laufen lassen oder über VPNs. Dann Firewall inklusive Blacklisting und dann noch die Grafikeinstellungen. So, also ziemlich gut zusammengefasst, was eben wichtig ist für Systemadministratoren. Alles auf einer Oberfläche. Sehr, sehr gut. Und wir können den Alterator, so wie er sich hier schimpft, einfach auch schließen. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier der Paketmanager mir dann so ausgibt. So, hier wird jetzt GNOME Software entsprechend gestartet. So, und während GNOME Software hier startet, öffne ich gleichzeitig mal auch ein Terminal. Ich mache das Ganze hier ein kleines bisschen größer. Und ja, den Kernel selber haben wir ja schon gesehen. Das ist dann Linux-Alt-HP. Das ist mein Hostname quasi. Und hier haben wir den Standard-Kernel, den 5.10. So, der Paketmanager, der hier standardgemäß, der Paketmanager, der mit Alt-Linux mitgeliefert wird, ist der Sisyphus-Paketmanager. Und Sisyphus haben wir schon mal kennengelernt in einem unserer vorherigen Videos, nämlich zu Redcore Linux. Hier oben einfach mal auf dem i schauen. Redcore war ja eine, ja, Gen2-Distribution, basierend auf Gen2. Und Redcore nutzte ebenfalls den Sisyphus-Paketmanager. So, ich habe hier gerade festgestellt, dass hier Sisyphus als Repository zwar angegeben ist und auch für das Erstellen der Binär- und Quell-Pakete zuständig ist. Lokal auf den Workstation allerdings wird wohl dann für die Installation dieser Pakete tatsächlich abgett genutzt. Und deswegen laufen die Installationen und Updates genauso ab wie bei Debian oder Ubuntu. Und zwar sudo apt-get-update. So, und hier haben wir ein paar Repositories, die scheinbar nicht erreichbar sind. Da haben wir einmal hinet nicht erreichbar und Distrib-Coffee, also IPSL. Ne, doch, IPSL ist erreichbar. Das ist hier nur hinet. Ja, dann werden wir das mal deaktivieren. Dazu gehe ich einfach in den Synaptics-Paketmanager, gehe auf Repositories und werde dann hier einfach mal hinet einfach abschalten, komplett. Diesen, ja, Spiegel-Server dann einmal auf OK, close, close und dann nochmal von vorne. So, dann sind die Paketlisten jetzt alle synchronisiert und geupdatet. Und dann kann ich hier ein Upgrade durchführen mit sudo apt-get. Das ist hier auch wichtig. Nur apt reicht nicht aus. Das funktioniert nicht. Und dann mache ich mal dist-upgrade. So, und dann werden jetzt hier fast zwei Gigabyte an Daten installiert und das ist auch in Ordnung. Das werde ich jetzt einfach mal auch durchführen und abwarten und dann schauen wir mal, wie das System dann aussieht, wenn es dann vollständig geupgradet wurde. So, das Update ist jetzt durch und ich habe den Rechner jetzt einmal neu gestartet und habe jetzt mir hier den Kernel auch mal aufgerufen. Und wie wir sehen, es bleibt bei 5.10 und es wurden jetzt noch einige wichtige Updates durchgeführt bezüglich des Firefox zum Beispiel. So ist der Firefox jetzt hier abgegradet worden auf die neueste ESR-Version, nämlich die 102.4, nicht die 101, wie ich eben noch vorhin noch sagte. Also 102.4 ESR. Damit ist der Firefox quasi aktuell. Genau dasselbe gilt auch für LibreOffice. Auch LibreOffice ist aktualisiert worden auf die Version 7.3.7.2. Und das ist auch die aktuellste aktuell. Gut, jetzt wollen wir uns aber mal noch das Software Center anschauen. Und hier rüber über das Software Center lässt sich so quasi jede Software installieren. Und zwar sind hier die ganz regulären Open Source Sachen drauf, wie zum Beispiel Audacity ist hier ein Haken drin, weil es schon installiert ist. Was hier nicht mit aufgelistet ist, sind Flatpacks. So, wir können aber mal schauen, ob Flatpak überhaupt vorinstalliert ist. Einfach Flatpak eingeben hier und dann schauen wir mal, Flatpak ist nicht mit drauf. Also können wir mal schauen mit sudo apt-get install Flatpak. Dann einmal ja. So, Flatpak ist jetzt installiert. Man sieht hier kommt einfach nur dann ein Fehler, dass nichts spezifiziert wurde. Aber Flatpak ist jetzt drauf. So, als nächstes fügen wir das Flatpak Repository noch hinzu. So, das wäre dann dieser Befehl hier. Ein sudo noch davor. Und dann ist das Ganze hinzugefügt und dann machen wir einfach Flatpak Update. So, es gibt nichts zu updaten. Das ist auch in Ordnung, weil wir haben ja noch nichts installiert. Und dann schauen wir mal, ob wir ein Flatpaket installieren können. So, das Ganze muss als sudo ausgeführt werden. Und dann einmal ja und dann einmal ja. So, die Installation von Spotify ist durch und hier befindet sich auch schon Spotify im Menü. Und wenn ich das dann öffne, dann öffnet sich auch Spotify und ich kann das Ganze nochmal nutzen als Flatpak. So, was dann ebenfalls funktioniert, ist dann die Installation diverser Flatpakete direkt über das Gnome Software Center. Das ist quasi automatisch jetzt mit hinzugefügt worden. Hier haben wir ein paar Beispiele. Da dann einfach die Software entsprechend öffnen. Und hier unten sehen wir dann bei Source, aus welchem Repository entsprechend die Software dann kommt. In dem Fall jetzt hier direkt aus dem Flatpak. Und dann kann ich das auch hier rüber dann. Das geht also auch wunderbar. Und das war es auch schon mit meiner kleinen Tour durch Alt-Linux, also Alt-Workstation-Linux. Und muss sagen, erstmal grundsätzlich ist das Betriebssystem gar nicht so schlecht, besonders für kleinere, mittlerständische oder auch große Unternehmen, die dieses Betriebssystem eben an ihre Mitarbeiter ausrollen, was ja auch tatsächlich so aktiv genutzt wird. Doch wie sieht es jetzt aus auf dem privaten Desktop-Markt? Ist es eine gute Alternative zu Red Hat Enterprise? Nun ja, in unserem deutschsprachigen Raum wohl eher nicht. Denn dieses Betriebssystem ist nur auf Englisch, Portugiesisch und Russisch verfügbar und somit für den deutschen Markt jetzt nicht sonderlich gut zu gebrauchen. Allerdings, wer ein paar russische und ukrainische Freunde hat und mal ein wirklich sehr, sehr zuverlässiges, stabiles und sicheres Betriebssystem empfehlen möchte, der kann einfach Alt-Linux empfehlen, zumal die komplette Dokumentation auch wirklich sehr üppig auf Russisch verfügbar ist. Die Anwendungen, die bereits vorinstalliert sind, finde ich völlig in Ordnung, zumal man das schon während des Installationsprozesses auswählen kann. Das System selber wirkt sehr zügig und sehr schnell und wer Mathe jetzt nicht so mag, der kann auch HDE Plasma installieren. Auch da gibt es eine separate ISO. Dadurch, dass das Betriebssystem auch eher stable ist und nicht als Rolling Release, nehme ich an, funktioniert Alt-Linux auch hervorragend auf sehr, sehr alter Hardware, sodass man da auch ältere Hardware einfach nochmal gut recyceln kann. Sehr schön finde ich auch das alteigene Kontrollzentrum. Die Administration, wo man dann selber die Administration des Systems auch durchführen kann, finde ich sehr, sehr schön gelöst. Denn da sind nochmal die ganzen wichtigsten Sachen zusammengefasst. Sisyphos ist im Prinzip der Paketmanager, der die ganzen Pakete quasi packt und verwaltet. Allerdings wird das Ganze durch Synaptics dann quasi übernommen. Synaptics und der Abt-Paketmanager sind dann lokal installiert und übernehmen dann die Installation, Deinstallation und die Aktualisierungen. Das ist ein bisschen verwirrend, es ist also nicht ganz so, wie es bei Redcore Linux ist, wie ich schon eingangs erwähnt hatte. Grundsätzlich ein sehr schönes und sehr, sehr brauchbares System. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. GAFA debate auch an, ich bin ja nur so ein Typ im Saatz 21. tengo ein fledgrafisches Wetter, du coloredämmer Mensch und ab bawbden sie auch übernommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.